klar sind rausgekommen und ich habe mir gedacht wir werden uns halt direkt mal rein stürzen und irgendwie wird es die mir direkt reingezogen okay ich habe auch noch gar nicht reingeguckt intro time und ich bin jetzt ruhig we are smoke jagger strongest of the clans we are hunters who fight with the ferocity of our namesake to stand unequal amongst the children of kurinsky we remember the bravery of our ancestors gave themselves to the void and of the despots responsible for their exodus through our strength we lead the crusaders to see the great father's dream realized his hidden hope to one day return and reclaim paradise it is our sole purpose our divine right we will bring vengeance down upon the tyrants that enslave humanity and they shall tremble before our fight hey cooler anfang und schauen ob da vielleicht noch ja was kommt aber im moment gute platzen hat mir sehr gefallen schauen wir mal wie es was geht okay well sure be a slander home at least there were no actual smoke jaguars hunting you in those jungles no i'm with mia i'd rather get torn apart by large cats and have to climb those damn green mountain cliffs again grabby is lighter on this planet although you might want to watch your language liam i haven't a clue what you're talking about eyes up kit commander incoming this is starker base your new home for the final stretch of your sibco training your cadre of the elijah hoyt and abigail israel's sibco line has suffered numerous fatalities and washouts throughout your time on lunderholm kits ezra jaden liam mia nasir you five are the final vestiges of your brood that some deem might one day be of value to the clan i am not one of them to me you five are the excrement of a failed semi-aborted batch from my blood house far from the pinnacle of humanity demanded by the clan's geneticists that spawned you and i am a gracious host so i will give you the opportunity to show me what those strabics on lunderholm taught you show me what you know of being a real true boon mech warrior and prove yourselves worthy of the name and heritage you carry with you suit up prepare for mech combat but sir we just arrived i ask you a question kid real mech warriors should be combat ready the second they hit at mo you sir rats able to be prepped and ready in the next fifteen mike's kwee up i ask k commander better get on it then dismissed k commander we will not fail very brave very stupid jaden you coming i will catch up k k k k k k k k Ja so ein Commander sollte man vielleicht nicht direkt widersprechen oder wieder Worte geben nicht ganz so intelligent aber die langen Ladebildschirme haben sie nicht in den Griff bekommen, naja schade das ist nicht so schön du bist jetzt hinter den Kontrollen von Mankind's premier Weapon of War ein Klan Omni-Mech obwohl dies ein Training-Exercise du bist immer noch 4 Storys von Ferris-Steel und Mayamere Muscle strappet zu einem Fusion-Engine mehr als genug Power zu töten und zu töten vielleicht muss ich an den Einstellungen noch ein bisschen arbeiten ähm ja das ist kein Sound für nicht schlecht Ah Sound Change Camera Mode Zoom In, Zoom Out Jump Jets Flammen noch nicht Ah ja ok der obere Pfeil dahin zeigt der Tor so ah ok stein jetzt stein das stein ein du nicht du sieht soweit schick aus okay im wasser stehen gibt wieder ein boost es führt kühlung ist ja und er sieht man sich aus dem starten mr. destined for greatness shut up es you know how much i hated carrying around his name fine i yield no need to start talking like a freeborn everyone hold here beyond this point you will be entering the proving grounds under jaden's command you will make your way through two challenge zones and then a final combat arena your primary objective is to clear each zone of hostiles and recover any high priority assets that may be located in each oz okay this is a weapons hot area that will test your capabilities in a number of combat encounters here you will find not only drone hover tanks turrets and vitals but also functional battle mix okay okay weapons are now hot familiarize yourself i'm gonna die 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 okay 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 ah ab nach unten los geht es oi 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 gut aber ordentlich oi 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 a ma aa scremen wir mal bongong mit dem da an, wann darf ich denn? ah ja Ah ok wird dann automatisch gepick-upt Gut jetzt habe ich da nichts Okay Movement Oh No Hey there he flies Ein Flugtank Zack Ja das war Nein da kommen Shadowhawk und Firestarter So ok Okay Okay Ah kann sich auch nur ein bestimmtes Stück drauf bewegen Okay wir wollen auf jeden Fall Na gut er läuft jetzt so lange weiter bis ich wieder reingehe weil ich habe den halt auf Bewegung gelassen egal Wo kann ich denn den 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 Hier geht Okay Okay Ja ich habe da nicht äh ich hätte ein bisschen mehr auf die weniger auf die Karte achten Sollen Autsch Da Kann ich nicht KIND Die 15 Die 15 Karte sind 15 Wenn du einen Hektar kontrollieren kannst, dann werden wir wieder aufbauen. Du musst es machen. Du musst es machen. Du wirst einen Punkt finden. Du findest die Entrance in der Arena Final Combat und eine Reihe von Auto Repair-Banes. Du siehst dich aufbauen. Wenn du bereit bist, schraubst die Gäte und in die Arena. Das ist so leicht. Ja. Wir nehmen sie alle, wenn sie das beste haben. Kit Liam! Ich werde dich nicht solleen meine Training-Ground mit diesen Freibirds-Slurs. Während du hier, wirst du richtig sprechen, ohne die Lazy-Kontrakte. Kit Commander, Liam ist brach, aber er ist eines der besten in unserer SIP-Ko. Das ist nicht inspirierend. Das ist gut. Ich habe mich verletzt. Ich habe mich verletzt. Kit, Liam. Du gehst den Namen von deinem Progenitor und eines der Klan-Klan. Es ist eine große Ehre, dass ich dich nicht denigrieren, mit der Sprache, und eines der Klan-Klan. Dann habe ich dich auf eine Befugung. Es ist eine Befugung. Es ist eine Befugung. Es ist eine Befugung. Es ist eine Befugung. Und du bist keine Befugung. Es ist eine Befugung. Es ist eine Befugung. Es ist eine Befugung. Es ist eine Befugung. Es muss sich für die Ausbrüche an. Es muss sich auf der Fallen, und die Ausbrüche zu verletzen. Es ist ein Befugung. Es wird eine Befugung. Es wird das Befugung. Es wird das Abbrüche aus der Opforschung. So, praktisch wird man den solche Commands geben können. So, alle. Form on me. Ja dann, weiter gehts. Ja dann, weiter gehts. Ja dann, weiter gehts. Ja dann, weiter gehts. Defeat the ground forces. Ah, okay. Okay. Ja dann, weiter gehts. Ja dann, weiter gehts. Immer gut. Und dann irgendwo gegen rennen. Wenn wir einfach drüber. Soll ich. Ah, nochmal vier ground forces, okay. 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 Ja. Ja, was haben wir da? Ja. Oh. Oh. Star gegen star. Oh scheiße. Was ist der? Hellbringer Ah, auf dem will ich euch. Autschi, Autschi, Autschi. Autschi, Autschi, Autschi. Autschi, Autschi, Autschi. You underestimated your opponent, Kit. If Lunderholm's rejects can best you, that does not bode well for your own trial of position. Yes, Kit Commander. Is it over? Are we finished? For now. My Mech is a bit... Upport. Scheiße. Gerne. Autschi, Commander. Heading back now. Damn. That was something. Auff. Time to get back and settle in. No telling what will come next. Man will be in the best place. Friendly is in the second place. We'll see how we can go next to the controls. In the best place. Direkt so ein Zeitsprung. Okay. Okay. The last drill we'll ever have to run in this hellhole. Thought they would let us rest before tomorrow's trials. I hacked old OneEye's message feed. He's still sore we've been outperforming his prized pupils. So this is his last attempt at trying to get us to wash out? That. Or soften us up for tomorrow's opponents to kill us for good. I still find it hard to believe that you got away with hacking the base's mail server. I'm not stupid. I just watch and observe. Not act on anything I find. They don't even know I've compromised the system. If you are not careful, that little hobby of yours will get you killed someday. Come on, Ez. You used to be a better hacker than me. Yeah, but when I was caught, I actually got punished for it. Command likely knows that it's just letting you slide because you hold the founder's name. I'm not funny. You know I hate that. And you know we all share his bloodline too, right? Oh. They don't treat any of you like you should be the second coming of Sakan Liam Ismaru. Come on. This might be the last time we get to tease you about this. We will likely be ransomed to different galaxies when we make Warrior. You never know. We might get lucky in serving the same cluster. Hopefully we get lucky then. Anyways, let us get cleaned up and grab some chow. One last meal for the road. At least the food will be better when we are warriors. And for that reason alone, it will be worth it. What is that? Just finishing it up. Great Ridge Mountains. Miss Link's training facility. From Launderholm? Yeah. I have not seen this logo since we left. What is with these five stars? Us. The last five surviving members of our original SIPCO. Five. Of nearly a hundred. Is everything okay? Kit Commander Ismaru refused my request to transfer to the Science Cast. Tomorrow, I will either become a warrior or washout. Miss Seer. Your performance is just as good as any of us. You will do fine. I only keep up because we work together as a team. I do not think I can do this on my own. Tomorrow will be just like any other day. One that we have trained our entire lives for. Doubt is the only thing standing in your way. Do not let it win. Spend some time in the simpods tonight if you have to. I think I will. And when you finish? Do mine up too. Just like yours. Really? Mm-hmm. That way a part of you will be right there with me for my trial. Thanks, Jaden. That means a lot. Good hunting tomorrow. You too. We will all be waiting for you on the other side. We will all be waiting for you on the other side. Time has come. Kit Jaden. Ahead of you lies your trial of position. Your final test is a SIPCO trainee that will show your true worth to the Smoked Jaguar clan. Three opponents await you. To be recognized as a warrior of the clans you must best at least one kill or be killed. Success will secure your position as a warrior of the clans based on the number of mechs you destroy. Failure? Will forever see you expelled from the warrior caste. Where you instead find station as a common laborer. Do you understand the task that lays before you? Affkit Commander. I am prepared. Every cadet says that. Only you control your future, Jaden. And the real question is... What do you want from it? The rise above all. To take a blood name and lead my own cluster. In the name of Smoked Jaguar. Lofty goal indeed. One that many seek. If leadership is what you truly desire, then you must best at least two opponents to earn the rank of Star Commander. Two kills. Star Commander. It will be mine. 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 We are Smoked Jaguar. True born warriors selectively bred for war over generations. Our destiny to one day return from exile and reclaim terror will not be handed to us. It will fall to those sharp enough to earn their place among our clan's warriors. Come here, Charles. Jaden. Let's get Captain Kerein, look over your glorious rise, kid, Jaden. Good hunting. I'm sorry, let's see you. I'm sorry, but don't I don't know. da muss ich keinen weg aussuchen, der so in der gleichen gewichtsklasse empfehlung schiert, weil der sammler ist jetzt nicht unbedingt mein lieblingsmach so ein mad dog wäre geil aber schauen wir mal ok ich wollte die maus noch ein bisschen langsamer machen gehen wir auf 6 runter apply, apply zurück, weiter ja besser und nicht mehr du kannst, jadon du musst, jadon du musst du musst nicht mehr die Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich sollte meine Jettbewerbs und diese Dense-Terrain machen. Meine Mech ist besser bei Hit- und Fade engagieren. Da haben wir zwei Stück. Jetzt kommt ein Timberwolf. Ja komm, lass mich doch machen. Ja. Okay. Okay. Ja. Ja. Star Commander Jaden, Smoke Jaguar. Report to Office 31 on B Level, Sector 3. Okay. Look at you, Star Commander. Can't believe we all made it. Hey. Where is Nasir? Particle cannon to the cockpit. No time to eject. No. Who's as good as any of us? Nothing you could do, Jaden. The trial was something we all had to face alone. Kill or be killed. I was worried I might not see any of you again. What are you all doing here? All of you, please. Follow me. Half Star Colonel. I present you, Galaxy Commander, Cordera Perez. Come join me. Star Commander. Star Commander. I invited you and your fellow Sibkin here. Because I was told by Kick Commander Ismaril that you four are exceptionally attuned to one another in the field. Is that an accurate assessment? Half Galaxy Commander. It is. Jaden Smoke Jaguar. In accordance with our ways, I, Galaxy Commander Cordera Perez, formally extend to you a ransom. In exchange for your enlistment under the banner of my Beta Galaxy, I offer to you a star of Battlemex, for you to command as you see fit. And this is to be formed by your fellow Sibkin. All of you. Do you serve under my command? I'm pretty good, said. I do well. You've got to meet you. My power is holding in. Die 362nd Assault Cluster. Unter Star-Kolonel Emily Wimmer. Willkommen zu den 362nd, die Silver Jaguars. Und begrüßen Sie auf einen Erfolg, Star-Kolonel. Danke, Star-Kolonel. Ich freue mich mit Ihnen und Galaxy-Komander Peres für viele Jahre zu kommen. Hm, insofern. Ich habe eine Warrior, Naomi, die in need of eine neue Anwendung. Sie werden, die 5. Punkt der Star-Kolonel. Ich freue mich auf die Begründung. Ich freue mich auf die Begründung. Ein Führer zu. 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 Wer ist, Galaxy-Komander? Die Novakets. Wir haben eine Reihe von Trennungen gegen sie. Und Kahn Leroux ist, die Rettrücke. In einer Sphäre? Kahn, 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 Leo, Schaus, of the Smoky Jaguar clan. Fellow Kahn. Ich komme zu Ihnen heute mit einem Thema der Kritik-Importanz für die Klans. Letztes Jahrhundert, ein Schuss nicht identifiziert wurde in einem Pirat-Pointen von unserem Kapital in Hunderten. Nachdem man den Vesseln und die Crew entdeckten, haben wir gelernt, dass dieser Schuss, dieser... Gibt es da? Müsste Konstal sein. Müsste Konstal sein, die innerspferien wissen, dasselbe unserer Welt der Innerspferien, die unser Leben der Innerspferien wissen, dasselbe unserer Welt der Innerspferien, die unser Leben der Innerspferien und ihre unendlichsten Kriege in unsere Tür. Mehr Schritte! Die große Debatte über unsere Rückkehr zur Inner Sphäre endet jetzt! Wir müssen actieren! Wir müssen jetzt endlich mal die Kinder von Korinski zurückkommen! Bei den ganzen Klan-Wappen. Ok da, Razelhack und Steiner. Also die Klan-Invasion, ok. Die Klan-Invasion von Sakan, Sarah Weaver. Centuries ago, unsere Ancestors hurled themselves into the void, hoping to flee a war they knew would come. A war that would end up subjugating all of human space under the boots of the great houses of the inner sphere. Our Ancestors' sacrifices became the foundation on which Kerensky's clans were formed. But their dream of one day returning home did not die with them. It lives in all of you. Born from blood and steel to bring their hopes, their dreams, and their legacy back to the inner sphere. Today, our long journey through the Exodus Road has come to an end. Now, we begin the first stage of Operation Revival by laying claim to the outer periphery. We will tame this savage Outback to use as our staging ground to bring vengeance down on the tyrants to rule over the inner sphere. And they shall tremble before our might. Okay. But that's all for the next time. That's for today definitiv the end of the end. Let's see. Let's see. If you want to go over the end of the episode, is still missing the whole thing. We can't sell Mac-customization. If you want to go over, the whole Mac lab and everything else is so good. But that will we'll be taken again soon. Until they come back. Let's see you guys and look. It's good. gut